Ich wollte es ja auch nicht glauben, weil ich bin zum Erlebnisabend und habe mir gedacht, das gucke ich mir mal an, bei mir funktioniert das nicht. Und wir haben zusammengearbeitet und mich hat es umgehauen und dann habe ich gesagt, das muss ich lernen, das ist sensationell. Ja, ich kann nur sagen, probiert es aus, es ist sensationell und der Aha-Effekt. Nach dem Berufungsspecial hat sich bei mir viel getan. Ich habe jetzt ein Institut für Potenzialentfaltung, habe monatlich einen Matrix-Erlebnisabend eben täglich in meiner Arbeit mit integriert. Ich muss auch sagen, ihr macht es sehr leicht. Die Seminare sind sehr gut strukturiert und organisiert. Das ist wirklich perfekt. Ich kann euch nur weiterempfehlen. Viele Freunde von mir machen jetzt auch die Ausbildung und auch die Locations, die ihr habt. Ich war jetzt schon bei Fagina in Locations und es passt einfach toll.